Dann haben wir hier noch den Carlton. Ja, und dann haben wir die hübsche Cassandra. Das ist nämlich die Schwester von der Marie. Und das ist die Natascha. Die sieht genauso aus wie die Marie. Und ist auch da. Und das ist die Marie, die mit dem Hund von der Christine spielt. Und...